Hello again, meine Freunde! Vielen Dank, dass ihr euch schon wieder da habt! Keller Neues bei First Guy Hardcore Ründchen. Ja meine Freunde, es ist mal wieder soweit. Erste Video nach Fatal. Hier noch mal an dieser Stelle. Fetten, 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 fetten Dank für den Support und das Feedback für dieses Video. Sensationell. Ich weiß nicht, wie lange wir in den Trends waren. Ich habe überhaupt keine Ahnung. War leicht überfordert in dem Moment. Überragend, Freunde. Überragend, aber ich habe gesagt, es gibt noch eine Zeit nach Fatal. Die startet heute. Der gute Broski ist mal wieder hier am Start. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Hey, chill mal. Was ist denn los mit dir? Mit seiner glorreichen Serie bei Hardcore By First Guy nennt sich die? Oder By First Hardcore Guy? Genau, Rob ist sie By First Guy und Hardcore Walz. Ja. Ja, Hardcore Guy hört sich dann auch schon wieder grenzwertig an, möchte ich immer behaupten. Ha! Guy! Der wird safe eingespielt, oder? In der Tat. Ja, meine Freunde, kurze Werbung hier. Ich blende das hier irgendwo ein. Ja, mein Partner und ich haben auf Instagram noch ein Gewinnspiel aktuell laufen und zwar Docking. Ja, das sind Hersteller, die machen WLAN-Boxen. Ja, ich habe hier auch noch eine. Für draußen unterwegs. Ihr kennt die Dinger ja mit Sicherheit, die überschwemmen ja aktuell den Markt. Allerdings sind die hier von der Preis-Leistung her, äh, brauchen sich nicht verstecken. Ich habe den Link mal unten reingeballert. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne im Instagram abchecken. Da läuft aktuell noch das Gewinnspiel zu einer Box. Ja, da verlose ich einen in Kombination mit Docking zusammen. Äh, dickes Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle hier nochmal. Könnt auch sehr, sehr gerne die Videobeschreibung abchecken, wer sich da eventuell nach Weihnachten was holen möchte oder gerade sowas sucht. Mit dem Gutscheincode HelloAgain20. Kriegt ihr nochmal 20% auf eure Bestellung. Aber wie gesagt, Link ist alles unten drin. Wer das Ganze gerne abchecken möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Genug Bla-Bla-Grützenwurst hier. Ich würde sagen, wir gehen rein ins, äh, ins Spielerwählen hier. Kasala. So, dann sind wir back in town und der Broski kann dir mal die Regeln erklären hier zu dem, äh, Schabernack. Ja, wir, äh, haben heute einen Special Hardcore bei First Guy und zwar ein Funtmiss Special. Ja, zwei Funtmiss-Karten jeder hat. Zwei normale Special Card, damit ein bisschen was Buntes im Team ist und das war's eigentlich doch schon simpel, ja. Wir haben bei Broski ebenfalls eine Folge aufgenommen. Link ist ebenfalls unten drin. Normale Special Karten, ja. Checkt auf jeden Fall die Folge beim Broski ab, dann wisst ihr, was der unter normal versteht. Ja. Äh, naja. Wir sind auch heute Abend noch um 20.30 Uhr in der Sportshow, ja. Können wir euch auch hier, äh, ganz, ganz knackig können wir euch hier auch nochmal informieren heute um 20.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Sportshow. Ey, das ist so geil. Ich freu mich da drauf, endlich Handball zu kommentieren. Ja, die Crew kommentiert Hallenjojo. Absoluter Blödsinn, ja. DFP-Pokal, Dortmund gegen Bayern München, Freunde. So, genug hier rumgekriegt. Nein, weißt du welches Spiel? Dortmund gegen Bayern. Gegen der Bayern. So, ich mach mit meinem ersten Spiel, ich mach mit meinem ersten Spiel los. Wir machen nur Goldspieler, Freunde. Richtig. Und ich starte mit meinem ersten, äh, geilen Player. Allerdings sollte ich hier vielleicht, dieses Steuerkreuz im Menü ist eine Qual. Du darfst anfangen. Zwei. Ach. Ich weiß jetzt schon wieder, wo dieses Spiel endet. Ich weiß es einfach. Komm. Und weil ich ihn weiß, kaufe ich den einfach direkt, weil ich ihn schon im Team hab. Ja, moin. Läuft bei dir, Junge. Ja, ist drin. Ich hoffe, ich hab auch die Position, ich meine, ich hab die Position genommen. Wenn nicht, Paige, hab ich hier wieder gecheatet, Freunde. Ja, hab ich extra gemacht. Wahrscheinlich. Ist drin. Dann, äh, ja. Drei. Ja, 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 ja. Hört sich gut an. Touré, oder? Boah, die Position hat mich gerade nicht abgeholt. Komm, ich geh. Muss ich ja hier machen, geht dann eher anders. Ah. Ja. Eins nehme ich, die Eins. Wow. Nice. Komm, auf, dass ich ihn auch wieder hab. Ja, natürlich. Das kann doch nicht sein. Ah, gut. Läuft gut. Warum? Ja, ist drin. Immer der, der, der Typ, der hört sich eher an wie, wie ein Gewichtheber, ne? Okay. Die Werte sehen gut aus. Die Werte sehen gut aus. Da kannst du gar nichts sagen. Aber passt halt gar nicht rein, die Flöte hier. Ja, ich, äh, hab den, also du darfst eine Zahl sagen. Bitte sag die richtige. Ja, ich muss in der Zeit auch mal meinen Verteidiger. Der hat sich nämlich wieder in Luft aufgelöst. Wir nehmen die zwei bei dir. Steini, was machst du denn? Ja, frage ich dich auch hier. Gib mir doch mal einen Link hier. Kriege ich auch nichts links hier. Nicht gut. Hm. Komm. Ja, du darfst. Äh, warte, warte, ich, ich cheate grad. Ich, äh, hol mir grad einen französischen Manager. Kannst du auch am Ende machen. Ja, mach aber jetzt. Weißt du, was du noch für flöten da, Chris? Ja, aber ich, äh, ich will nicht spoilern. Ich hab gar keinen. Fuck. Äh, ja, bitte und, äh, entschuldigen Sie die kurze Störung. Ich hab keinen? Okay, krass. Sag hier ne Zahl, Alter. Ja, zwei nämlich. Ich zeig hier gefühlt seit fünf Minuten immer die zwei in die Kamera, ne? Danke. Ich glaub, den hab ich sogar. Bruh. Okay, komm ich zu meinem nächsten Spieler. Ja, sag was. Eins. So, ja, ist, ist okay, aber ne, ist eigentlich auch scheiße, ja. Äh, äh, chemistry mäßig bin ich so weit vorne mit dabei. Also, das ist schon... Du stellst dir so ne Ziellinie vorne, ne? Und dann nicht vorne dabei, sondern schon vor der Ziellinie. Also, ganz weit vorne mit dabei. Ja, da kann ich auch wieder safe mithalten hier. Wenn ich mein, mein Dings hier seh, ich sag dir die Position nicht, da krieg ich schon wieder alles. Ja, du darfst. Es läuft nicht gut. Ich kann ab, auf, in einer Ecke kann ich keine Links bekommen. Das geht eigentlich theoretisch überhaupt nicht. Ja, ich glaub, das Problem hab ich auch schon. Da müsste ich richtig, richtig Glück haben. Ohhhh. Drei? Man! Ja! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich, ich stell' einen neuen Rekord auf. Ach du Scheiße. Ich stell' einen neuen Rekord auf. Ja, sag' ich nicht. Sag' ich nicht. So teuer? Kann ich dir nicht verraten. Bitte sag' was. Ja. Sechs. Ahhhh. Ne, linkt der? Bitte link. Natürlich linkt der nicht. Falsche Position, Mann. Falls es so schön war, gehen wir jetzt hier auf die. Äh. Äh. Ja. Hat Helst von einer Eins? Ja. Safe. Ja, ist drin. Es besteht theoretisch jetzt auf einer Position, wenn ich die da bekomme. Theoretisch die Möglichkeit, dass ich noch mal links dazu bekommen. In so nem Sandwich. Ja? Ja. Ich mach einfach kommentarlos weiter. Nein. Nein. Wenn du jetzt... Ja, hab ich den Glauben an die Menschheit verloren. Vier. Ja. Das ist natürlich den, äh, mit schlechtesten, wobei ich glaub' das bringt sogar einen Link. Also sechs war übrigens wieder unsere Koksnase. Die verfolgt mich. War wieder die Koksnase am Start. Aber der hat nicht... Er ist immer da. War nicht so schlecht der Typ. Denk jetzt nicht, dass der Link irgendwas Gutes bewirkt. Nein, tut er natürlich nicht. Bringt gar nix. Vorletzte Position und es ist komplett scheißegal. Sechs. 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 Mei, du willst mich doch komplett verarschen, Alter. Ey. Diese gut. Diese gut. Nee. Doch, diese gut. Nee. Doch, diese gut. Äh. Ja, ist drin. Ich hab'n Link. Ja, moin. Bro. Man muss jetzt nachziehen mit'm Link. Ey. Ja, sag. Eins. Ich... Es war so verfickt klar. Es war so verfickt klar. Ich hätte Geld drauf wetten können. Ich hätte Geld drauf wetten können. Ehrlich. Ja? Ich hätte Geld drauf wetten können. Natürlich krieg' ich vom Rating mit den schlechtesten und natürlich auch mit dem einzigen Spieler, der es hier aus dieser Reihe schafft, einen völlig behinderten Pace-Wert zu haben. Grüße ihn raus. Vielen Dank, Merkel. Ja. Pace-Wert, da kann ich gegenhalten. Das schwöre ich dir. Aber da würde ich im Quartett, würde ich dir, äh, den Ball noch mal anziehen. Was ist das für'n Team, ey? Voll mit der Formation. Kann ich? Ja. Zwei. Aber der bringt nen Link. Das, was ich vorne hab, äh, zählt mir safe hinten. Du darfst sagen. Drei. Es wird nicht besser. Es wird absolut nicht besser. Ja, wir gehen ins Spiel. Ja, wir gehen ins Spiel. Gute Chemistry sieht definitiv anders aus. Bisschen. Ja, ja, lass uns einfach spielen. Es wird, es wird nicht schön. Ich bin mal gespannt. Ich glaub, ich hab mir keinen Gefallen, wird der Formation getan. Aber du hast auch ne abenteuerliche Formation. Jep. Ich wollt' mal was probieren. Ob das ne gute Idee war? Man munkelt. Ich komm mit, ich komm eigentlich nur mit 4-3-1-2, klar. Mal gucken. Experimenten-Folge. Kabani! Let's go! Da ist er doch! Du musst mir aber mal eine Sache verraten. Warum rennen die immer, wie bescheuert auf den Verteidiger drauf, wenn ich den Spieler noch nicht angewählt hab? Welcher, welcher Wert ist das? Ist das der Aggressivitätswert? Ich weiß es nicht. Oder dein Taktikwert? Was hast du bei Aggressivität da eingestellt bei Taktik? Meinst du das? Nicht viel. 55. Ja, das mein' ich. Weil grad schon wieder der der Schwatte da, der ist da wieder wie so'n, wie so'n Gaskranken rausgerannter. Oh no. Oh no. Ablenkung ist da. Serge Gnabi. Überragender Mann. Wow. Was? Was? Da ist er, der Sniper. WTF? Er Pistolero. Okay. 2-1. Der war nicht abgefällig. Alter, Karius, du hast, du hast 8 Chemie. Was machst du denn da? Guter Mann. Was ein Fliegenfänger, ey. Ich dachte eigentlich, mit dem Torwart bin ich gut. Aha. Für wen war der Ball? Ich grad erst mal, dass meine auf dem Trikot zieht, einen Sambrero-Hüter aufhaben. Bei den Nummern. Nein! Ablenkung! Du machst doch Ablenkung! Er wird gar nix abgelenkt. Doch, ich hab auf deine scheiß Zeugnis geguckt. Aber guck mal hinten noch, wie immer der Nummer. Wie lustig ist das denn, Alter? VTF? Das seh ich jetzt erst mal. Ole. Der Murillo, ja? Wie einfach nur reingehnt. Ja, wenn's stark. Oh! Der war zucker. Der war frech. Ja, der war zucker. Und Cavani ist da. Ja, 17 Minuten gespielt, 5 Tore. Ja. Wir kommen in FIFA 18. Ähm. Die Verteidigung ist bei mir gar nicht da, ne? Oh, der war zucker. Oh, schön. Hätt von mir sein können. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Abseits, bitte. Oh! Huh! Ach, come on, Alter. Huhuhuhuhuhu. Pfff. Mal reingrätschen. Julian! Meine Verteidigung hat 36 und 43 Pace. Was soll ich da machen? Davor retten Schweinsteiger rum mit 38 Pace. Also... Weiß nicht, das ist hier eher so ein Team für Pyjama-Party, aber nicht für Fußballspiel hier. Murillo da vorne. Der macht ihn gut mit Gnabry. Da kannst du nichts sagen. Aber alles, was da hinterher rumrennt. Der muss nur durch. Der muss nur durch. Der muss nur durch. Pass den Ball da oben raus, du Follung! Ey! Gibt's doch nicht! Ah! Ja, nix go! Karius, Katastrophe. Katastrophe. Die ganze Defensive ist Katastrophe. Ja, ich hatte den auch gerade. Also, Karius ist wirklich komplett scheiße. Boah, ist das schlecht. Dann noch die beiden Usain Boltz da hinten drin. Also, die brauchen zu lange. Die brauchen zu lange. Nein! Karius, bist du an irgendeinem verfickten Ball mal dran? Das gibt's doch überhaupt nicht. Der guckt nur hinterher. Juckt ihn einfach gar nicht. Let's go. Asozial. Asozial. Einfach asozial. Ich glaube, es war vorletzter Mann. Komm schon, gib gelb. Sicher, gib dir gelb. Nein! Nein! Ich hatte Hoffnung. Wenn der Radio ist wie so ein Kleinbus hier, der Morgen. Das gibt's nicht. Du kannst nichts mit dem machen. Du kannst nichts mit dem machen. Gar nichts. Du kannst nichts machen mit dem. Ist das der von Leicester? Ja. Ja gut, der ist ehrlich langsam. Aber der ist Sponsor von Jägermeister. Ja. Da weißt du warum. Also, Werbepartner von Jägermeister. Nein. Mein Gott, Alter. Vorne bin ich zufrieden. Aber hinten, ich krieg da hinten. Ist da nicht normal. Ist da nicht normal da hinten. Hauptsache, neun Tore schon gefallen. Ja. Wenn sonst nix ist, dann viel Spaß beim Edit. Nein. Ja. Nein! Ey, warum so spektakulär? Nimm den Ball an und püll drauf. Ne? WTF? Ey, willst du dich verarschen oder was? Nice. Nice. Wie kann man den denn daneben pfeffern? Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Bruh. Ist das geil? Was ist das denn? Hilfe. Ich habe keine Defensive. Es ist doch scheiße. Komm, Keeper. Ja. Zu lange. Es ist einfach zu lange gewartet. Wenn ich zu viel Zeit habe, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ach, ne. Hör doch auf. Gibt es doch nicht. Ey, es ist so eine Seuche. Es ist so eine Seuche. Mann, ey. Ich muss doch nur weiter laufen, ey. Wie schreit ich mich denn an hier? Kommt der nicht durch. Da kommt der nicht durch. Habe ich auch nicht anders verdient, Alter. Mann, ey. Alter, die sich spülen, Mann. So selten dämlich gespielt davon, ey. Ich war zu ungeduldig. Zu nervös auf einmal. Schauen Sie mal jetzt da. Mann, ey. Murillo, ey. Bitte geh nicht weg, ey. Ja, ich weiß, der ist Muriel, aber der heißt bei mir Murillo, Alter. Boah, hat der gut gespielt. Aber Gnabi auch stark. Ja, stimmt. Ja, gehen wir rein ins Abstoßen. Doch, bitte nicht, ey. So, Freunde, dann kommen wir zum Abstoßen. Broski darf zwei Stück. Ich habe mich so dumm angestellt hinten raus. Ich lasse das so. Bitte nicht, ey. Beide Außenverteidiger. Ja, Mann. Mann. Was war drauf? Ja, den einen kann ich abstoßen. Ich weiß aber nicht, ob der bis zum Ende der Folge aus dem Bild ist oder aus dem Team, ne? Bastian Schweinsteiger. Jetzt habe ich den im Verein gehauen. Komm, ich stoße dafür hier den Karius ab. Läuft auf der gleiche hinaus, Freund. Ich habe mich verklickt. Und Rosalis. Ich habe Gnabi, habe ich nicht getauscht. Ich habe eigentlich nur Karius. Ja, und dann so ein bisschen Kirmes. Murillo in die Kiste gepackt. Das hat mir den Arsch gerettet. Ja, aber gut. Bei dir kann man immer auf, bei dir kann man immer auf, bei dir kann man immer auf, die Karte hat halt mich gekillt im Endeffekt. Ja, ich habe es dumm gespielt am Ende. Aber ich bin froh, dass das nicht, äh, Dings, ja, also so, war eine lustige Aufnahme. Safe. Will mich sehr über einen Daumen nach oben, Freunde. Schickt auf jeden Fall bei Simon die Folge ab. Die war auch sehr, sehr, äh, interessant, möchte ich mal behaupten, ja. Link ist unten drin. Und dann hoffe ich, sehen wir uns heute Abend, äh, bei der Sportshow, Freunde. Ja, auf dem YouTube-Kanal.